beitreten das passwort ist immer noch das gleiche habe ich oben auch reingeschrieben das mit v ja ich versuche es mal ohne jetzt mal zu kopieren treffpunkt der sandstrand an dem dinge ich habe extra in dem kanal noch mal gepostet und geschrieben sandstrand also ich bin im joy das zählt als ich ja pass es ist in tropfen selber reingeschrieben als drop server ja genau richtig ja die pvp fans server oben ganz oben in öffentlich da kann keiner schreiben außer ich zukünftig möchte ich das gerne gucken zweimal die woche oder so das was hinkriegen aber dann immer nur eine mit auch spannend wird 90 90 ist fairer was haben wir denn jetzt 18 19 20 uhr 15 dann der treffpunkt ollie einstellungen laden neue survivor erstellen ja gespeichert extra kann ich leider nichts für ich muss unbedingt mal alles wieder neu machen blute schon mal die ersten drei strahlen habe ich tatsächlich vergessen mein leben zu leveln vorher die höherwertiger die ressourcen je mehr xp kriegt ihr also eisenstein kloppen am anfang ist fast endlevel auch so viel glück haben wie ich und zwei latsch im ersten droppen also in der feierring runde aber was bin ich jetzt gleich level 60 63 wenn ich fast drauf gegangen weil ich gewicht nicht gelevelt haben den fall ich mir direkt rein auf geht's nächste mal werde ich die unzerstörebare brust entfernen dadurch hat man so wenig dino damage und man halt ja auch mega hyper schnell dadurch das macht die brust da ja die lässt dich so schnell heilen und so wenig damage kassieren ich hab den dino damit schon vervierfacht aber vor allem geht dann auch mal die brust kaputt das heißt muss ich dann auch mal eine looten oder vielleicht reparieren muss mal gucken ob das hinhaut zack gewichtsfallen ich hasse sie selber aber wir sind witzig klar sind die witzig da da drache 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 ist nicht gut ich kann mich killen sollen glück gehabt nein 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 neinWestfetzel wie weg verschwindet ich schmack nicht ich schmeckt nicht ich schmeckt nicht wir da muss man im übrigen auch ohne die brust muss man mutman speed skill weil man hat ja mit der brust 300 prozent das ist dann anders gewicht 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 ja dann vergesse ich auch immer gewicht 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 wie man diese beschreibung von den einzelnen items wegkriegt ja kuh einmal kuh drücken im inventar nein stecke ich in einem blöden bären fest ich krieg einen anfall taste ich will das selbst tun aber ich mein namen voll tacky und element euch nur noch tech wumpe die habe ich noch nicht taming zeug aber noch kein boh ich bin immer noch sauer auf mich stopp der ausgang ist nicht gut ich bin gerade auf zwei mots auf acht gesprungen das nenne ich doch mal ein erfolg des lebens komm schon ernsthaft mache ich denn hier sondern nie passiert nichts brauchbares häusen sind mies obwohl ich eingetragen habe dass die eternal tiere nicht torporen sollen aber aber schaden machen sie trotzdem er ist so wenig der ist böse noch mehr tag was ich habe hat der gegner nicht er ist der drop direkt tag nice hört auf mich zu machen da bin ich neid ist ein zweiter drop ein drastin so ist bravo es ist eine umstellung ohne so person so was haben wir denn ja giga sattel haben wir schon wegzettel auch perfekt willst du mehr die gegner killen das wärs das wäre oder mit spieler sind ja keine gegner mit spieler nach der ersten fehlrunde mal gucken was jetzt rumkommt assiste ich hab was ganz wichtiges vergessen eine richtige waffe bleibt weg dass denn ja es gibt da so ein co den du dann beim steam eingeben kannst um mehr performance zu haben da müssen sie gehen aber auf dem laptop ist eine sache wenn da müsste es ein gamer laptop sein um gute performance zu kriegen auch schon beim normalen pc ist ein bisschen blöd ein bisschen jetzt haben wir rücken der ist schon echt mega reduziert noch weiter runter kann ich nicht machen da macht selbst ein prime die gar nur null schaden an dir das war jetzt eigentlich der mein schmerz also ich bin grad zu gespawnt hab alles so eingestellt also hab alles so eingeschaltet was hab denn vergessen dass ich den kleider noch nicht angezogen hab so was hat man gesagt viertel nach acht ne das war bisschen zu hoch viertel nach acht super ich bring mich gerade aus level für den roten drop nein wer hat den drop geklaut wer hat den keks aus der dose geklaut absolut das gleiche hier das ist keine mod das ist ein code das sind tricks die sind so alt wie arg die mutte du spielst ach so das ist in der turn und gewisse andere muts noch und gegner sie kann ich ihn höchstens axten ich die cloud maske aufziehe dann wird das wirklich gruselig das dauert ewig na jetzt macht das spaß also der tod war jetzt ich also ich bin gegen die wand wirklich gerade gegen die wand gerade ist wie tief du musst aufwärts und wenn es nur ein halbes grad ist nein 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 also es war einfach eine schräge wand komplett also fall der mitsch war da ich bin nicht integriert nein bei tango ja und jetzt du du Trollig ey Nein Komm schon Ah, das dauert zu lang. Kenn ich. Oh, Doppel-Drop. Doppel ist jetzt auch wirklich Doppel. Besonders Doppel-Gewichtsfalle. Mist. Ey, der skipps doch nicht. Peter Max hat mal die Rückwinkels geklaut. Der ist fies. Das ist wirklich das Wichtigste, was man im Moment braucht. Boah, ist das mies. Und dann kein Tech-Up-Start. Alter, ist das fies. Mussten finden und killen. Dann komm ja nochmal 30 auf mich los, ey. Bleib weg von mir, ey. Übel. Immer noch. Nein. Ich hab immerhin Instant-Tech-Schuh gehabt. Oh, das war künstlich. Boah, da fliegt einer. Ah. Ich hab mich, dass mich jemand durchfühlt, im Gehuf steigt. Das kann nur ein Spaß haben. Das ist krass. Diesmal hab ich Loot-Pech. Ich seh überhaupt gar keinen Loot mehr. Diesmal hab ich Loot-Pech. Ich hab jetzt hier vier Stück um mich herum. Nein, 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 nein. Fick ihr. Nein, 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 Mistviech am Hintern. Und natürlich auch Mod. Mantikor. Ja, genau. Geht gar nicht. So, Mantikor-Magnet kann es sein. Ich wollt grad nen Drop holen. Mantikor, wir warten aber zu gut. Das ist super, dann warte ich, bis du nen Abgelenkt hast. Nee, ich bin direkt weggegangen. Ich warte, bis jemand anders reingeht. Also, ich würd's machen, wenn ich wüsste, wo. Ja. Mantikor-Finnest du nur... Aber du musst ja auch erwarten, dass ich mir nen Drop aufnehme. Nein. Dann töte ich den Mantikor und ich hab noch mal zu Ende gehabt. Doppelpunkt, ja. Ich hab schon zu viele Graveling-Hooks verballert. Also, hätten wir immer noch nur 50, wären die ja schon leer bei mir wahrscheinlich. Ich würd die auch, ähm, jetzt weiß ich es, wegen Pego-Mastax, ich würd die, äh, Stacks teilen. Dass man mindestens zwei Stacks hat, hab ich jetzt gemacht. Boah, oh ja, auf jeden Fall. Bitte, lass mit ihm ein einzeln Stop mal. Da kommen zwei Bede, du Mastax. Bist du schlimm, gell, dich fies hier auch. Ja. Das ist ein echt Bittere. Also, mit den Tieren hat ARK echt, boah, ein richtig nerviges Ausdauen. Mission Komplett! Yes! Direkt neben Mantikor das Ding geklaut. Haha! Nein, oder? Doch! Und nicht gestoppt! Das kann ich sein! Jetzt können wir spielen. Ich weiß ja nicht, ob wir gleich mal zu reden, aber der war... Der liegt am Wüstenrand, so. Ah, ja, der hat sich. Der ist so ein weißer Drop. Ja. Ich bin immer noch in der Nähe gewesen. Hm, meinst. Ja. Tja, jetzt kommt mal zuerst. Und ihr davor Schiss habt, ich geh da rein. Zieh! Ich schätze niemals ein Neo, wie der wohl noch kein einzigen Drop. Ich kenne das Gefühl, wenn ihr Graveling Hook nicht zieht. Ja, und es ist aber jetzt. Ich mach den Abgang. Ich mach den Abgang. Ah, oder wenn die nicht greift, da könnte ich in Rage-Modus gehen, ja. Oh, jetzt kann das sogar in Goldmineat-Druck runter. Perfekt. Du weißt doch, Farbe hat keine Rolle. Ne, absolut nicht. Ja. Ja, dauert noch, bis sie runterkommen. Der auch, der auch. Der auch. Der auch noch. Der auch noch. Der auch noch. Hm. Wieso hat man eigentlich die 20 Eisen oder? 200, weil du damit nur die Munitions-Druck hier. Tech Money. Oder du brauchst eine neue Graveling Hook, weil deine kaputt ist. Da musst du dir eine Smithy bauen. Ach so. Du kannst ja die schmücken. Sie, 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 sie. Mist, ich brauche eine neue Crossbow und meine ist gleich schrott. Der packt nicht, der packt nicht, der packt, doch danke. Und wen habe ich das Teil jetzt weggeschnappt? Nein, das hat mich da gebrüllt, er springt, na dann spring weiter. Ich habe gerade direkt vor jemandem den Drop geklaut. Meiner war es nicht. Juff, da habe ich auch gerade das Problem. Komportbogen ist halt etwas selten, aber die Kristallpfeile sind auch extrem OP. Aber du legst alles damit sofort. Ich hatte in den Testen, Giga will mich beißen, ich schieße und kurz bevor er mich gebissen hat, ist er eingepennt. Was? 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 Ich habe dich gesehen. Wer auch immer da an meinen Drop dran wollte. Und das wahrscheinlich schaffen, weil ich die blöde Waffe nicht wegstecken kann. Nein. Hallo. Nein. Komm her. Ja komm. Kämpf wie ein Mann. Ja komm her. Mach nur 12.000 Schaden pro Kugel. Kämpf wie ein Mann, das ist ja der erste Abhaus. Ja der Erger rennt von mir weg. Wie weg. Komm an hier. Da wo die Schadenszahlen sind. Die 12.000 plus. Ich habe einen Aiming, der läuft vor mir her und ich treffe nicht einmal. Komm zurück. Du kriegst ja gar keinen Schaden. Komm zurück. Pass auf was. Er schießt zurück. Es wehrt sich. Ja. Meinen ersten Player Kill. Hast du ein schönes dabei. Du warst ja fleißig am Looten. Oh. Danke für den Kompotbogen mein Freund. Was? Ich hatte den. Ich hatte den. Ja. Ich. Oh. Das ist so herrlich. Viele liebe. Danke. Zwei Reck portion. Ich einen neuen Crossbow. Brauchte ich alles. Oh. Das Eisen nehme ich auch. Kann ich mehr Muni für die Kanare bauen. Ah. Das war herrlich. Nett von dir. Ich danke dir. Kann man überhaupt mit diesem Crabbing guckt sich jemanden cremmen? Jaja. Kannst dich aus der Luft sogar zurückziehen. Ah. Herrlich. Uh. Ich hole mir das noch. Keine Sorge. Ich habe mir alles genommen. Du hast nichts mehr. Keine Sorge. Ich krieg's noch. Oh. Compoundbogen. Jetzt. Oh Mann. Das wollte ich nicht aus. Nein. Ja. Hat eigentlich jemanden bekommen oder? Ja. Ist jetzt tot? Danke. Diese Frage. Ich hatte sie vergessen. Was streng das? Ah. Boah. 17 Kristallpfeile. Geil. So muttert. Jure große Schritte. Nein. Golem. Kann ich den auch machen? Yo. Kann ich auch. Lol. Okay. Tschüss Golem. Nein. Gewichtsfalle. Gewichtsfalle und Drachen hinter mir. Nein. Ich fand das so witzig mit den Gewichten. Ja. Ja. Kannst ja genug Gewicht leveln. Ist ja gar kein Akt. Ja. Klar. Wenn du noch nicht genug hast. Dann bist du Mistel hinter Drachen. Das stimmt. Nicht ganz so witzig. Oh Mistel. Ich hab keine Lippe. Genau. Stattchen. Ah. Da kommt das Element was ich gesucht hab. schuhe sind voll. Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll. Ich hab mehr als genug Element jetzt. Oh mein Gott. Jetzt nur nicht mehr sterben. Ich hab Element. Ich hab Crystal Bows. Was will ich mehr. Leben ist wundervoll. Oh. Da kam ein Abo rein. Äh danke. Aber ich hab es gerade. ausgestattet ausnahmsweise mal weil ich zu 99 prozent am aufnehmen bin oder jetzt man die chor ja das hast du ja wieso schenkst du mir und kommt ich habe nicht gewusst es gibt kein suchfenster nach währenddessen fliege ich und gucke mal was da drauf steht was ich in der tasche ist aber immer schlecht wenn du meistens ist auch jemand noch hinterher ganz fliegen wir haben alle so ein gutes aming treffen ähnlich du kannst die gift schlangen mit der gambling hook zu dir herziehen das ist so ein cool ja es mir gerade passiert das war ich danke wo ist denn jetzt der komische mann die koffer und wo ich will dich mitnehmen jetzt sind hier keine von den krassen biester was geht ab dafür glück willst du mehr ich habe schon wieder so eine gewichtsfalle mann also ich gehe mal ist wie ich psychologische kriegsführung und ich habe damit zahlen gesehen er müsste schlafen was das ist auch das gleiche passiert wie bei mir das für ein vieh moment danke weiß ich nur nicht ob ich überhaupt gaming futter habe in insta habe ich das wird heftig das ist auch ah sauber fast selbst umgebracht ich nur einmal zum namen ändern das war es ich bin schon einmal irgendwie gefühlt zehnmal durch falsch an ja das ist fies das ist immer noch falsch anstehe da bollig mit dem trick da mit dem dran grabben und dann bolan und so ich bin ja sehr verbunden was ich damit schon alles gezähmt hat es funktioniert bei so vielen viechern wenn du über die fliegst und ich am rücken gerabbelst und dann gute nacht mal hin was meint man denn nochmal mit diesen tag monotiven was man aus herzen kraften ist was rosa ist du brauchst element und metal ist so eine rosa anus ding genau genau das kannst du auch bei jedem bei den allen tech rifle die hier finden kannst ja ist auch die einzelne muni die klappt normales alle nehmen sie nicht fans aber eine ganz nice nummer war das ganz schön der mit raus klopft aktoren sind immer noch ein problem klar kannst du haben ich gebe dir gerne mit einem pfeil genau zwischen die augen entweder ist das mein untergang oder ich kriege ihn ich habe gekriegt wie geil habe ich denn getroffen und er pennt sofort der